Der klaut dein Auto! Der klaut dein Auto! Ja! Ja alles klar, wir können direkt chillen. Das ist die Purge. Das ist echt so. Gefällt mir irgendwie. Ich ernst nehme nur das Rücken-RP. Was? Rücken-RP hier. Ganz. Nein, wir haben hier die Purge, weißt du. Geil mit Leuchtpistole. Geht das? Wer hat denn hier diese Scheiß-Sirene an die ganze Zeit? Scheiß-Sirene nervt, wo ist denn die? Müssen wir ausschießen. Die drüben nehme ich mal an. Hallo! Schon wieder tot. Oh shit! Hast du den jetzt umgelebt? Oh! Alter, der hat den voll umgenebelt. Junge, der hat den grad voll abgeknallt. Du? Nee, ich nicht. Ich nicht. Okay, mit dem Ding sind wir unterlegen. Ja, krass. Jetzt haben sie ihn aber umgelegt, du. Was machst denn du da im Gebüsch? Vielleicht nachladen, aber es geht nicht. Ach. Danke. Um nicht. Ach, schade. Man hätte es ja probieren können. Was geht ab? Ja, geil. Schicke Friese, hey. Guck mal. Beste Frisur. Was willst du, du Arschloch? Scheiße. Entweder kommst du anfassen oder du haust ab. Ich wollt grad grad sagen, zieh die Hose an. In dem Fall sage ich, lass sie lieber an. Du Wichser. Sag mir, dass ich gut aussehe. Nee. Sag mir, dass ich gut aussehe. Von weit wie aber. Wenn ich näher rankomm, nicht mehr so, ne? Du Arschloch. War das nicht? Ich bin Lisa. Hä? Wieso lebt denn die jetzt schon wieder? Überfahren. Ja, aber die lebt ja schon wieder. Komm weg, ihr Süßer. Keine Ahnung. Vielleicht ist es eine Atmenpuppe. Ah, das kann sein. Arschloch. Einfach geklaut. Der ist ja langsam. Der kann nix. Anschneiden. Oh, wunderschöön. Oh, fuck. Danke, Fans. Sorry. Die Karre ist total bescheuert. Total scheiße. Warte, ich geb dir Medizin. Au. Warte, ich geb dir Med ... Ich hab Medic. Nimm das, nimm das mal Gerne Ich bin doch so süß Helft mir doch Ey, wo habt ihr Jungen, wenn die Karre ist abgeschlossen Oh Gott, ich bin durchgeknallt Was, du bist, wer ist durchgeknallt? Oder er, oder es, oder ich, weiß nicht Dann habt ihr jetzt Pech gehabt Ich seh gar keinen Hä, wo denn? Da vorne im Auto, geh da mal hin Na, das frag ich dich Ich, die hübschen Frau, die das Auto ist Ich bin ein Auto Was? Siehst du das Feuer da? Ja Okay, lauf mal durch Das ist Feuer Ja, lauf mal durch Wir haben Maddick hier, alles gut Nicht das Lagerfeuer Da steht ja immer Motorrad drauf, oder? Achso, okay, das ist bei euch nicht gesegnet Schade, bei mir brennt das ganze Waldstück da Wenn ich jetzt hier bin Hier ist Feuer Was? Ja Bei mir wird der auch einmal drüber reichen Nee Danke Aber da vorne ist auch komplett desynkt Ich seh Autos und Personen nicht, die da angeblich auf der Straße stehen da vorne Gut, reinschreiben Ja, hab ich schon Soll ich da auch ein Ticket noch öffnen? Ja, schreib da in den Sinkthreading rein Ja, schreib da in den Sinkthreading rein Okay, fast, habe ich eh schon Alter, mein Bike ist aber heute abgefangen und du fährst damit Bei mir ist das komplett... ich kann da nichts sehen Ich bin das Auto... Welches? Das Rote? Was bist du? Wo ist hier ein rotes Auto? Hier, hier ist sie, hier ist sie drinnen Im Auto, sie ist das Auto Bitte helfen sie mir, ich bin in Gefahr Bitte helfen sie mir Habe ich die nicht an, ne? Wer hat den Schüttel dafür? Das ist meiner, äh... Geh mal an Soll ich den wegschieben? Wer ist denn hier jetzt Knight Rider? Fahr dir mal weg Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal Die liegt hier drinnen Ach hier doch, hier drinnen seh ich sie Nie weg Nee Ich bin das Auto Hör auf, halt an, halt an, halt an Ja? Versuch sie mal zu beleben Geh mal raus da Versuch sie mal zu beleben Hä? Ich bin doch so süß Jetzt wird sich um mich gekümmert Jetzt wird sich um mich gekümmert Siehst du die? Ja, jetzt wird sich um mich gekümmert Nein, ich höre sie ja Jetzt soll mal die F um sie kümmern kommen Wenn sie wieder rauskommt Als ich lag, hab ich ganz oft F gedrückt Dann passierte das Weiß nicht, zufällig Kid oder sowas Hast du das reingeschrieben? Äh, ich hab grade, äh... Wo geht das? Im Stresstest 2 bin ich grade drinnen Da hab ichs ganz unten reingeschrieben Hör auf, Rudi Hey, sie liegt wieder Ah, da ist sie Kratz dich mal Wuhuuu Wuhuuu Kannst du mich mal heim, bitte? Vervo Yay, Club Taysern Ding, neben dir Hey du, warte mal, warte mal Schau mal aus ganz kurz Schau mal aus 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 Hallo, noch jemand da? Mann, Mann, Mann du Sie stören alle Ermittlungen Was ermittelt sie denn? Ich ermittle infant ver sprayed 62.26 technology Hey, ich praise ihn oder Danke Danke. Würdest du mich heilen? Sehr geil. Komm schon, heil mich. Was für ne Aktion. Oh, geil Süßer. Und kannst ruhig den Schenkel weiter oben anfassen. Hast du das grad gesehen, Frank? Oh, links, rechts. Oh, geil. Wie flint, das ist Lisa. Tja, keine Ahnung, was hier abgeht. Oh, Alter. Ich will es ein. Scheiße, 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 Scheiße. Scheiße, 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 Scheiße. Scheiße, 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 Scheiße. Bleib stehen. Rikki, wir finden dich. Juhu. Steh, stehen bleiben. Okay, angeschnallt Zimmer. Ich weiß nicht, ich dachte nicht. Alter. Die. Die. Ja, da messen wir uns ein bisschen mit Rikki hier. Und ich habe schöner, äh, glücklicherweise das etwas schneller Auto. Okay? Hahaha. Sehr geil. Oh, da muss ich ja vom Gas runter gehen. Hahahaha. 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 Eis auf. Bandy. Hahahaha. Hahahaha. Okay? Okay? Oh, das Spiel ist gefrozen. Shit. Oh, no. Okay, das sieht auch krass aus. Ricky, geht's dir gut? Ja, ich glaub, sein Spiel ist gefrozen. Ricky! Ricky! Ja, was macht er denn so? Nein! Okay, so kann man das auch machen. Oh nein, das Auto hat Ricky gefressen. Ja, voll. Fuck, das Auto hat Ricky gefressen, Mann. Spuck ihn wieder aus, Zipix. Spuck ihn aus. Da geblieben. Spuck ihn aus. Spuck den Ricky aus. Warte. Was hast du denn bestimmt? Alter, was war das? Ich glaub, der hat grad so ein Gleichfeld. Ja. Wer hat den überhaupt umgefahren? Da ist grad... Der ist gegen ein Polizeiauto gefahren, das quergekommen ist und dann hat's aus dem Auto rausgelupft. Das kommt davon, wenn man sich ihn nicht anschnallt. Ja. Was hier los? Und dann... Aber ich glaub, dann ist sein Spiel gefreezed. Aber der ist nicht hier. Der hat bestimmt auf B gedrückt. Ja, das weiß ich nicht. Entwickelt... Woah! Alter! What the fuck? Kalle, bist du das? Ja, das bin ich. Was? Ja, das bin ich. Dachte ich mir fast. Herr Graf. Ich bin nicht Graf! Nicht Karl? Ich dachte... Okay. Nein! Ich bin Crash! Ach Crash! Ah! Ja, Crash! Ja! Ja, ich wollte gestern ja... Na ja, wir wollten uns gestern ja... Na ja, egal. Ich bin Crash! Der Crash, der den Rollen schon geschossen hat. Ja! Ich bin der Crash! Ohhhh! Hahaha! Darf ich Crash erschießen? 18 HP Hintergrund! Hahaha! Nein! Au! Danke! War einer drin? Cookie! Alter! Cookie! Was für ein geiles Moped, Cookie! Ich hab mein Auto wiedergefunden! Ah! Uncool! Was ist das hier? Geht ihr auch mein Auto? Nein! Nein! Das ist die Perch! Mach mal auf! Nein! Geht nicht! Ah, jetzt... Hey, da ist ein DeLorean! Ken! Hast du's gesehen? Ist das Marty? Ja! Das ist Marty! Marty McFly! Was ist das? Wo ist der DeLorean? Wo ist der DeLorean? Wo ist der DeLorean? Ich bin hier! Die wollen mir kein Deluxe so geben! Aus! Dann hol dir selber eins! Au! Steck aus! Wolltest du ein Bus? Nein! Alter! Was ist denn das für ein Auto, Alter? Nein! Ich bin tot! Fuck! Hast du's gespawnt? Ich bin tot! Wohlmann Medic! Ja, ja! Dann würden wir fliegen! Ich würde in den Parkes binden! Ich würde in den Parkes binden! Sag mir, dass ich süß bin! Sag mir, dass ich süß bin! Sag mir, dass ich süß bin! Da vorne! Geh ich! Da vorne! Geh ich! Da vorne! So bist du! Donnie! Donnie! Geht noch längig! Du, sie weißen! Ich kann auch! Du, Ding! Gut! Gut! Autsch! War das Evo? Das war... Äh... Das war Redshot! Ja, irgendjemand hat dich getasert, glaube ich! Ja, Richard! Ich bin nicht Richard! Ich bin... Nein! Nein! Richard hat mich getasert! Ich geb Richard als Frau! Dankeschön fürs Wiederbeleben! Crash soll ich dich mitnehmen! Nee! Ich hab ein eigenes Auto! Ja, aber das geklaut! Ach, da ist es ja! Hier! Ah! Ih! Sputthrow! Sputthrow! Eier! Scheiße! Alles ist auf! Oh, ey! Raus! Was ist das denn? Raus! Was? Was ist da denn jetzt? Weiß ich nicht! Was geht denn hier? Was war denn das für ein geiles Moped vom Cookie? Weiß ich nicht! Willst aufhaben, hat Spaß! Ich bleib bei meinem Crash-Auto! Bei deinem... Ja, das ist das... IC ist das auch mein Auto! Nur in rot! Und richtig cool! Ja, ich weiß! Das ist ein Testarossa, oder? Nein, das ist ein Tourismo Classic! Echt? Ja! Ich hätte jetzt von der Breite auf den Testarossa getippt! Aber gut! Nee, nee, das ist ein Tourismo Classic! Na gut! Alter, geht's da ab! Ich hab mir grad den Italo GTU geholt! Der ist echt nicht schlecht! Der ist auch nicht schlecht, ja! Aber mein Crash ist ja so ein typischer White City 80er Mager! Hehehehe! Wie schnell läuft denn die, Cari? Boah! Ja, die... Die Control... Zeig ich dir! Achso! Na warte, ich schneid mich sicherheitshalber an! Ich bin heute nämlich schon dreimal gelegen! Warte mal, ich fahr mal besser auf den Highway! Ja! Oder einfach mal straight! Richtung Highway! Okay, okay! Jetzt kommt der Speed hier! Ah, okay! Hey! Ja, der drauf! Der war drauf! Und der ist... Unglaublich! Ja! Ah, ja, ja! Willst du auch so ne Karre haben? Ja, ich hab... Ich hab ne... Wie gesagt, ich hab den Italo GTU und der geht's... Ich mein hier jetzt! Hier jetzt? Wie hier? Ja, hier auf dem Test-Server! Willst du hier so ein Auto haben? Ja, ich brauch... Wenn dann nen F40, den der Cookie im IC hat... Der ist nice! Ja, der hier ist auch nice! Ja, ja! Der ist sehr geil! Aber... Ein Kuppel vom Cookie hat den aber auch! In weiß! Okay! Ja, stimmt! Der steht öfters mal im Würfelpark rum! Ja! Meiner steht auch öfters mal im Würfelpark rum! Welche... Ach, du hast nur nen Rot, hast du gesagt, ja! Der rote... Ja, der rote... Wunderschön! Wo hast du Kimberly heute gelassen? Ach, da wohne ich übrigens rechts hier! Wo... Ja, apropos! Wo ist denn... Wo ist denn Parker, ey? Da hast du recht! Wer ist wo? Parker! Wer ist Parker? Kimberly Smith! Ach so! Wie? Was ist mit Parker? Wer warst du jetzt nochmal? James! James... Orville! Orville! Hallo! Du musst dich doch kennen! Hier wohnst du? Ne, ich wohne... Also jetzt zu deiner linken! Und jetzt zu deiner rechten! Ne, geradeaus! Da rechts wohnt jetzt Knicker! Knicker wohnt hier! Wart! Ja, und hier rechts ist mein Haus! Ah, okay! Äh, äh, äh... Woher kennst du denn Kimberly? Ja, weil du mich doch zum Marshall anwirbst gerade! Ich? Ja! Ich bin nicht Kimberly, ich bin Fury! Ich bin nicht Kimberly! Aber Kimberly! Aber ich kenn dich gar nicht! Ja! Wir haben uns nie begegnet im Spiel, oder? Warte mal! Du spielst doch Kimberly! Nein! Nicht? Mein Kumpel spielt... Nein, nein, nein! Der hat voll die gleiche Stimme wie du! Nein, wir haben voll die unterschiedliche Stimme alle! Was laberst du überhaupt nicht? Hä? Wir haben voll die ähnliche Stimme! Kimberley hat so ne richtige Synchronsprecherstimme und ich hab nur so ne Duddy Stimme! Hm... Weiß ich nicht, find ich nicht! Ich spiel den Typ, der auf Röhrich geschossen hat! Ja, das weiß ich! Du bist Crash! Ja! Und ich spiel den... Einen Marshall, der heißt Fury! Okay, das wusste ich nicht! Ja, ich bin Fury! Du fährst nur hin! Ich bin... Keine Ahnung, nach Palito? Ne, fahr... Dreht mal wieder um, Richtung Würfelpark! Dann zeig ich dir mein richtiges Auto! Äh, willst du meinen richtigen Hasen sehen? Wie bitte? Ich hab noch einen dritten Char, der heißt Yuki! Das ist ein Mädchen! Okay! Achso, ja doch! Hab ich gehört im... 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 Stream von Ricky! Oder von... Ah ja, stimmt! Da war er! Ne, der... Der Ricky hat ja unter den Rock geguckt! Ja, das war so geil! Das war so geil! Das war so geil! Ich hab das richtig gefeiert! Aber Ricky und ich, wir spielen ja auch gerne RP! Also, ich weiß nicht, ob er mit mir gerne RP spielt, aber ich spiel mit ihnen richtig gerne RP! Ja! Obwohl, er nennt mich Arschkopf in seinen Streams und er sagt, dass er mit mir eigentlich auch gerne RP spielt! Oder? Habe ich das bald verstanden? Ja, äh, gute Frage! Hehe! Keine Ahnung! Man weiß es nicht! Jedenfalls... Crash ist mit Micky befreundet und hasst Rörig! Ja, drum hat er ihn ja auch erschossen, oder? Ja! Das liegt daran, weil er ihn mit dem Baseballschliger umgeboxt! Äh, Rörig hat ja Crash mit dem Baseballschliger umgebrezelt wegen den pinken Taxen! Ja! Ja! Aber... Und er hat mit der Waffe auf seine Freunde gezielt! Aber was hat Crash mit den pinken Taxen zu tun gehabt? Ja, er hat darüber gelacht! Achso! War da lustig! Ah, die Taxen sind pink! Pink! Achso! Und dann hat er dich umgeboxt! Naja, sauber! Dann hat er mich mit nem Baseballschläger umgeknüppelt! Ja! Hättest du dich nicht ordentlich im Gericht? Ja, das ist klar! Ja! Vielleicht aber auch mit dem Baseballschläger und nicht mit... Oh geil! Guck mal, was für Hubschrauber da sind! Na Augusta! Er hat... Nein, nein, nein! Crash hat mit nem... Mit nem... Mit ner Pistole geschossen, weil er seine Freunde mit ner Pistole bedroht hat! Achso! Äh, Moment! Was ist... Geht hier ab? Äh... Scheiße! Ich muss mein Auto da jetzt noch rausholen irgendwie! Micky! Wo bist du? Geht's dir gut? Äh... Äh... Zeit aus! Warte, ich... Fahr so! So, jetzt kann's ausstehen! Nix, Kettz! Ah! Da! Boah, zum Glück bin ich sitzen geblieben! Martin! Weg hier, weg hier, weg hier! Alter! Weg hier! Ich wollte doch nur mein Auto holen! Weg hier! Was? Ja, nicht so weit weg! Wir machen den neuen Versuch! Umdrehen! Motorrad! Wir müssen das richtig, äh... Richtig geplant haben! Wir machen jetzt einen Off-Rocker! Wir machen jetzt einen Off-Rocker! Wir machen jetzt einen Off-Rocker! Nix da! Da haben wir überhaupt keine Knautschzone! Schau, wir haben jetzt einen Off-Rocker hier! Nix! Och! Komm! 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 Sei nicht so eine weiche Flözel! Das ist aber down! Echt? Achso, ja gut! Es ist 21 Uhr! Ist nicht, ist nicht, ist nicht! Nein, ist es nicht! Doch, ist es! Oh, ist es! Alles, der ist nicht down! Okay! Ich komm trotzdem nicht an meinen Kofferraum ran! Doch! Komm ich jetzt! So, Werkzeugkasten! Benutzen! Auto ist wieder heile! Gut! Echt? Geht das? Ja klar geht das! Haben wir einen Auszug! Haha! Was kostet denn der Werkzeugkasten? Äh, 1500 oder so! Ach, das ist ja günstig! Ah ja! Kauf mir einen Hexer! Ist doch ein gutes! Ich hab mir meins rausgesucht! Aber ich find's nicht! Fahr den mal weg! Ich komm da nicht rein! Ich kann keinen kaufen! Fahr den weg! So, auf! Auf geht's! Ja! Gut! Alter, hast du dir einen Motor? Oh Gott! So ein Schrottteil ey! Äh, wie heißt denn die Ducati? Naja egal! Es wird eh gleich vorbei sein! Egal! Okay, ich glaub da bin ich zu Fuß fast schneller! Ähm! Oh jetzt gibt's aber richtig Gas hier! Oh jetzt gibt's aber richtig Gas hier! Oh, los! Wir fahren! Was mach ich? Kosta komm! Kosta! Hier! Oh Gott! Komm! Und äh, Shanek, da hinten, da liegt einer! Äh, da, unter der Brücke! Unter der Brücke! Unter der Brücke liegt einer! Ja, ich seh's! Warte, wie geräft du mir das? Ja, beim, beim Radfahren! Scheiße! Ja, ich kann nicht ansteigen! Pass auf! Guck mal, auf meinen Mutchenhauben! Da sitzt du ja auch! Da kommt der Rad raus! Guck mal, da kommt der Rad raus! Alter, hier geht's ab. Wir sehen, wie hier... Zurück in die Zukunft. Mach das mal. Hä? Wie lange? Ich bin mir nicht abgestreckt. Ich hab dich. Alter, hier geht's ab. Alter! Erstmal anschnallen. Äh, okay. Au! Ich weiß jetzt nicht, was jetzt hier gerade noch passiert, aber irgendwie... Das sieht irgendwie ungesund aus. Au! Ja, geht doch. Perfekt gelandet! Alles egal, alles gut. Wunderbar! Au! Jetzt gleich nicht mehr! Au! Äh... Ja! Äh! Was geht? Was geht? Das ist die richtige Perch hier heute. Alter, geht's hier ab. Äh... 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 Ist von euch jemand Medic? Ne, Atmen. Noch besser. Äh... Da hinten liegt jemand auf der Straße. Wo denn? Äh... Vor dem... Vor dem... Polizei Auto da hinten. Ich geh gleich mal hin. Jo, danke. Darf... Darf wir mal eins dieser Bikes fahren? Stehen hier welche? Ja, hinter dir. Du stehst zwei. Lol. Und unter dir auch noch eins. Ja, ich seh sie nicht. Wenn ihr damit rumballert, dann äh... Zieh ich euch da runter wieder. Ja. Okay, wo liegt einer? Fahr mich mal da hin, bitte. Jo. Okay. Pfeffer. Ah... Ah, er wurde gerade. Aber danke. Alles klar. Nicht dafür. Ey. Ich hab dir gerade jemanden gebracht, der dich heilt. Naja, aber mein Sergeant ist jetzt weg. Da hinten fährt mein Sergeant weg. Wo? Steig ein. Sag mir, dann holen wir den wieder. Ja, oder auch nicht. Ach, scheiße. Ich glaub, Server ist jetzt down. Ja, ich glaub auch. Ach, Achtung, Auto. Die wollen jetzt aber jetzt runterfahren. Irgendwer macht wieder extreme Faxen. Ja. Okay, grad war's schon lustig, ne? Ja, doch. Auf jeden Fall. Warst du da dabei bei dem ganzen Crash-Gedönse? Ja, ja. Weil wir waren 20 Autos hintereinander gerade. Ach, krasse Sache, ja. Ja, ich wollt, äh... Ich hab dich gerade erschossen, aber ich wusste, dass da hinten der Cookie ist, der dich wiederbelegen kann. Äh, Cookie, meinst du Server down? Äh, ich weiß nicht, kann sein. Ah, jetzt kommt er aber wieder, oder? Okay. Äh, okay. Hier, Günther stehen. Danke. Bring rein in den Hecht. Ja, bin dabei. Das ist gut. Und dann holen wir uns den da vorne. Äh, okay. Das war Crash. Ich kenn den. Ich hab das, den hab ich überhaupt nicht gesehen. Null. Alter. Hm, wo ist das grad die Action? Kann auch wieder nachschießen. Äh, gute Frage. Ich hab heute noch gar keinen geschossen, tatsächlich. Echt? Okay, gelogen. Hast du zufällig was zum Trinken? Äh, ja, hab ich tatsächlich. Eine Milch. Boah, Milch ist besser wie keine Milch. Danke dir. Wir sind ja nicht, wo man Allergien haben kann, ne? Ja, richtig. Das ist so ungewohnt auf dem Server zu sein und nicht IC zu sein. Also... Ja, ist ganz krass irgendwie. Ganz krass. Vor allem alles eskaliert. Am Anfang waren einfach alle rumgefahren und auf einmal sind die Fahrzeuge aufgetaucht. Ja. Und... Uff, Alter. Ja, das ist... Ich hab's vorhin schon gesagt. Das ist voll die Perch. Oh, ja. Ey, Funk-Check. Wer ist noch im Funk, ey? Oh, keiner mehr. Ich glaub, wir haben vorhin zuviel gespammt. Okay. Kann ich wieder rausgeben. Ja, vorhin haben wir... Wir haben zehn Leute so dauerhaft fünf Feuer gemacht. Über ne zwei Minuten weg. Da bin ich los. Wer ist das? Welche Sau ist das? Keine Ahnung. Den hol ich mir. Ich glaub, das ist Strauss. Hä? Wo fährst du denn? Strauss? Ich fahr Strauss nah. Oder Server down. Ja, Server down. Ah, okay. Channel switched. Ja. Ah. Kann ich mir den jetzt holen? Aber krass, dass du mit der schweren Munition auch durchkommst. Durch das Fahrzeug. Noemen. Passieren Sie nicht.